Weimarco ist der neue Hersteller von extrudierten, spitzbaren Kunststoff- und biobasierten Zellulose-Stiften. Darüber hinaus produzieren wir Spritzgussteile wie etwa Lippenstiftkappen oder mechanische Liner. Auf Kundenwünsche reagieren wir flexibel und individuell. Sie erhalten von uns sowohl die unbehandelte Stifthülse als auch den fertig gefüllten, dekorierten und gespitzten Ei- oder Lip-Liner, inklusive Front- und Endkappe. Sämtliche kosmetische Rezepturen können in Weimarco-Artikel abgefüllt werden. Wir garantieren die Spitzbarkeit des Stifts und den Sitz der Miene. Denn durch den Einsatz von neuesten Technologien und höchsten Qualitätsansprüchen bekommen Sie Ihren Wunschstift und keinen Standard.